Musik In Deutschland sind ca. 40.000 Stellen in der Alten- und Krankenpflege unbesetzt. Sie sind examinierter Pfleger, nun Sie hier aber nicht im Heim, sondern arbeiten für eine Leasingfirma. Warum arbeiten Sie nicht fest im Heim? Was läuft hier schief? Was läuft hier schief? Ich würde sagen, für mich als Pfleger in einer Leasingfirma ist einfach der Luxus, dass ich ins Heim gehen kann. Klar muss ich mich vorbereiten. Ich habe dementsprechend zu gucken, wann und wie, was funktioniert. Ich muss mich schnell umstellen, flexibel sein. Das ist der kleine Nachteil. Aber für mich ist es, ich habe keine Evaluierung, ich muss keine Pflegeplanung schreiben. Ich habe keine sonstigen Verpflichtungen, was jetzt die Dokumentation betrifft, außer die, die vorhanden ist oder die, die ich machen muss. Das ist ein Vorteil. Ja, warum arbeite ich nicht im Heim? Weil die Strukturen teilweise einfach schieflaufen, unter Besetzung sehr grasierend ist. Und dementsprechend das Arbeiten es doch schwierig macht, zumindest in dem Maß, wie ich meine Arbeit machen möchte. Und zwar dem Bewohner dementsprechend alles Gute zukommen zu lassen und nicht irgendwie schnell, schnell zu machen und ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht gewertschätzt wird. Und das ist mir wichtig. Und ich nehme mir die Zeit dafür. Also sprich, die Biokratie ist zu viel in einer Pflegeeinrichtung? Ja, nicht zu viel. Sie müsste anders strukturiert werden. Also entweder macht man eine Teildigitalisierung, um halt zu versuchen, das zu minimieren, um mehr Zeit am Patienten zu haben. Oder das Heim muss in einer Budgetierung gucken, um zu sehen, dass eine höhere Personaldichte ist, um halt einfach die Pflege, ja, dementsprechend zu gestalten. Auch für die Bewohner. Und das, finde ich, ist das Wichtigste. Und da guckt irgendwie Kinder drauf. Weil dadurch, dass es ein wirtschaftliches Unternehmen ist, was im Krankenhaus, was im Heim ist, ist es schwierig, das zu machen. Weil das Geld einfach fehlt. Und die Personalkosten sind immer noch die höchsten. Und dann kommt die Leasingfirma ins Spiel. Zahlt die Leasingfirma mehr als eine Pflegeeinrichtung? Ja, also man bekommt mehr. Was jetzt aber auch dem geschuldet ist, dass die Leasingfirmen jetzt natürlich expandieren ohne Ende, groß werden, dementsprechend Budget haben, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Was am Anfang der 2000er, wo das aufkam, ja noch nicht so war, weil die Firmen sehr klein waren, dadurch wenig Budget, weniger verdient, als wenn man eine Festanstellung im Heim oder im Krankenhaus hatte. Und heute ist es genau umgedreht, dass man halt wirklich deutlich mehr verdient und die gleiche Arbeit macht. Wo man sich teilweise ein bisschen schlecht fühlt, weil man den Mitarbeitern gegenüber im Heim oder im Krankenhaus da schon finanzielle Vorteile hat, obwohl man die gleiche Arbeit macht. Und das ist immer noch so ein Fühl, was ich so habe, wo ich sage, fühlt man sich nicht so wirklich wohl drin. Aber man macht es ja um des Geldes wegen teilweise, um halt einfach für seine Arbeit entsprechend entlohnt zu werden. Das ist mir schon wichtig. Aber ja, es gibt ja noch andere Vorteile außer das Geld. Also man hat eine Dienstplangestaltung, die man selber machen kann. Man kann seine Freizeit der Arbeit anpassen und nicht umgedreht. Also man muss nicht gucken, ja jetzt hat der Urlaub oder der frei, kann ich nicht nehmen. Ich lege fest, am Anfang des Monats für den darauffolgenden, ich möchte da und da frei haben, die nehme ich mir frei und die bekomme ich auch frei. Und selbst wenn man zwischendurch in eine spontane Urlaubsidee kommt, zwei Wochen vorher sagt man Bescheid und man kriegt den Urlaub auch hinnehmigt. Dadurch, dass halt keine Co-Abhängigkeit von Mitarbeitern ist in einer Leasingfirma wie in einem Team, wo halt jeder auf den anderen achten muss, was auch eine schöne Sache ist, was mir teilweise auch fehlt. Aber ich sage, man ist einfach komplett unabhängig und man kann sich sein Leben anders gestalten. Und strukturieren. Um gewisse Wünsche dann zu realisieren, gehört dann die Pflege verstaatlicht? Ja, also ich denke schon, dass es verstaatlicht werden sollte, wieder, weil einfach die Unterschiede zwischen den Heimen und auch durch diese Privatisierung einfach so vom Kontingent her teilweise so eine gravierenden Unterschiede sind. Man hat, ich bin in ein Heim gekommen, wo man denkt, man ist irgendwie im Schlaraffenland. Man hat unheimlich große Zimmer, das sind Einzelbetreuung teilweise. Man hat unheimlich viel Materialien zur Verfügung. Die Struktur ist besser. Man hat auch architektonisch ganz anders gebaut. Und woanders, wenn ich dann sehe, kommt man in ein Heim, da sind die Zimmer unheimlich klein. Der Bewohner kann sich nicht entfalten, keine eigenen Möbel mitbringen oder Ähnliches. Das fehlt halt, also dass man schon den gehobenen Standard hat, aber der sollte überall gleich sein, um jedem die gleiche Möglichkeit zu geben, im Alter halt auch irgendwo respektvoll überhandelt zu werden und dass er sein Leben mit ins Heim nehmen kann, um halt in seiner Erinnerung halt auch ein bisschen leben zu können. Und das fehlt halt teilweise überall, dass man einfach da keinen gleichen Standard hat. Und das merkt man echt massiv und das finde ich sehr ungerecht. Und das ist auch für die Pflegenden und auch für die Patienten oder halt auch den Bewohner einfach ungerecht. Und das sollte schon in der Waage liegen, dass man halt auch, denke ich, dass man auch besser pflegen kann einfach, weil man dann auch ein anderes Umfeld hat, man kann sich besser entfalten. Der Bewohner kann, wie dann kommt das Personal wieder zu dem sprechen, dass man sagt, ja, wo sind die Ergotherapeuten, wo sind die Physiotherapeuten, dass da auch von außen halt einfach die externen Sachen viel intensiver da sein müssen. Und auch die Ärzte und alles, was noch dazu gehört, Apotheke, dass da einfach eine ganz andere Struktur stattfindet, auch mit der Informationsweitergabe. Das ist ja das, wo es hängt, dass teilweise Sachen nicht da sind, weil nicht bestellt wird oder wenn bestellt wird, wird es nicht verschrieben, weil das Budget nicht reicht oder ähnliches. Also durch eine Verstaatlichung auch in der Pflege und auch bei den Ärzten würde dann wahrscheinlich ein anderer Standard in den Heimen auch herrschen. Deswegen denke ich schon, dass eine Verstaatlichung schon besser wäre. Ja, zum Thema Leasing, was Nachteile für mich sind, also jetzt nicht mehr, ich muss mich dran gewöhnen, ist diese unheimlich schnelle Flexibilität. Man muss halt, wenn man auf eine Station oder in irgendeinem Heim kommt, wo man noch nie war, sich einen Überblick verschaffen. Und das relativ fix und schnell, um dann halt auch adäquat arbeiten zu können. Wenn man das nicht macht oder nicht kann oder Angst davor hat, dann wird es schwierig, weil dann verzettelt man sich und man braucht wirklich eine Struktur, die man sich aufbaut. Die muss auch laufen. Und wenn man das nicht schafft, dann macht Leasing keinen Spaß, weil man muss halt wirklich sagen, man hat Situationen, wo man echt dasteht und das sagt, nee, das ist für mich jetzt kein Zustand, das möchte ich eigentlich nicht. Das zieht jetzt durch, aber gefällt mir nicht. Daraus resultierend ist aber das Schöne, dass man in einer Firma anrufen kann und sagen kann, ich möchte in diesem Haus nicht mehr arbeiten, weil ich da nicht adäquat arbeiten kann, die Zustände einfach nicht tragbar sind für mich. Und dann sagt die Firma, okay, dann setzen wir sie da nicht mehr ein und dann hat sich das Thema damit erledigt. Und das finde ich halt sehr gut, dass man halt nicht gezwungen ist, also keine Angst mehr haben muss, auf Arbeit zu gehen, weil man da nicht klarkommt oder weil man überfordert ist oder unterfordert ist oder die Pflege einfach nicht so stattfindet, wie man sich das selber vorstellt. Aber eigentlich ist ja der Leidtragende der Bewohner. Ja, meistens und eigentlich immer, ja. Also was man jetzt vom Pflegerischen her, also vom Pfleger aus, sind das die Nachteile, die für einen selber entstehen, aber wo man mit nach Hause geht, dass man die Arbeit nicht so machen konnte oder die Pflege nicht so durchführen konnte, wie sie eigentlich sein sollte und dann aus der Tür geht und das nicht an den Haken hängen kann, weil man genau weiß, man hat heute nicht so pflegen können, wie man das möchte und das beschäftigt mich dann. Also wenn ich meine Arbeit nicht so machen kann, wie ich sie machen möchte und den Bewohner vor allem nicht zufriedenstellend gepflegt habe und er sich auch wohlfühlt, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und das liegt dann aber nicht an meiner Inkompetenz, sondern an den Gegebenheiten, die vor Ort waren, um halt denjenigen halt ordentlich zu pflegen. Ihre Message an die Politik und Gesellschaft? Ja, ich denke mal, die Leute sollen endlich mal aufwachen und mal gucken, was wirklich los ist. Es macht sich in der Politik, denke ich mal, ja, Kinder, also machen sich schon den Kopf, aber, ja, für mich passiert da fast gar nichts. Also, selbst wenn man direkt vor jemandem steht und ihm mit erklärt, was passiert, was nicht passiert, welche Pflegenotstände entstehen, was hier in diesem Land eigentlich falsch läuft und die soziale Hängematte wird irgendwann reißen und dann wird das alles noch teurer und für die älteren Menschen fast unmöglich, denke ich mal, irgendwann einen Heimplatz zu bekommen, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Und da läuft ganz viel falsch. Das ist einfach fehlinvestiert, komplett. Und Gesellschaft, in der Gesellschaft ist es immer noch ein Beruf, der nicht so anerkannt ist, wie er anerkannt sein sollte, weil es ist nun mal wirklich ein sehr sozialer Beruf. Das heißt, man beschäftigt sich mit den älteren Menschen, man ist in Exkrementen unterwegs, man muss mit Fäkalien umgehen können, man muss mit die Rüchen umgehen können, man hat psychischen Stress durch psychisch auffällige Patienten oder im Team ist Stress oder man hat eigentlich immer von außen Einflüsse, die einem das Leben unheimlich schwer machen. Und ich finde es immer bewundernswert, wie viele Menschen doch immer noch gerne zur Arbeit gehen und halt auch noch mit einem Lächeln irgendwie über den Flug laufen, was zwar seltener geworden ist, aber man trifft immer noch Leute, wo ich sage, ja, die gehören hier auch hin. Und das muss einfach honoriert werden, nicht nur finanziell, sondern auch in der Gesellschaft. Einfach mal sagen, das ist ein Beruf, der ist wirklich wichtig und der soll anerkannt werden. Und vor allen Dingen, er muss auch interessant gemacht werden, weil jetzt kommt niemand mehr nach. Und das, was nachkommt, was man der Schulbildung natürlich auch zuweisen muss, ist einfach, die sind einfach nicht mehr in der Lage, die werden nicht mehr empathisch erzogen, man hat keine sozialen Kompetenzen mehr. Die haben zwar alle vielleicht ein tolles Zeugnis, aber sind empathisch tot und können nicht mit Menschen umgehen. Und das ist für mich in der Pflege immer noch das oberste und wichtigste. Medizin, das kann man lernen auswendig, ist alles nicht so schlimm. Kann man auch noch nach der Ausbildung auch noch weiter lernen. Aber Empathie hat man oder hat man nicht. Und die kriegt man im Elternhaus, die kriegt man in den sozialen Einrichtungen wie Kindergarten oder Schule und das passiert heute nicht mehr. Heutzutage kommen die Kinder a, sozial aus der Schule und können nicht mehr adäquat mit Menschen umgehen. Respekt fehlt. Und das ist das oberste Boot in der Pflege. Respekt vor dem Alter, vor den Menschen. Und das fehlt. Und deswegen hat auch keiner mehr Interesse, sich mit Menschen zu beschäftigen. Digitalisierung ist auch ein großes Thema, was noch dazu führt, was ja die Kinder jetzt schon von Kleinen aufbekommen. Da fehlt ganz viel menschliche Wärme. Und wenn man die nicht bekommt, dann kann man sie auch nicht wiedergeben. Und das ist, was fehlt. Und da denke ich, es ist schwierig in der Zukunft Pflege zu gestalten. Also Pflege-Zombies. Ja. So kann man es bezeichnen, ja. Und das finde ich traurig. Und ich würde mich freuen, also mich würde es freuen, wenn man dann wirklich auch die Jugend mal ranzieht und man zeigt, klar, es gibt schlechte Seiten und eklige Seiten, aber es gibt auch wieder schöne Seiten. und die sollten überwiegen und da sollte man auch wirklich mal Werbung für die Pflege machen. Weil jetzt kommt keiner mehr. Und irgendwann, wir wissen, was uns erwartet, wir werden mit 75 noch am Bett stehen mit dem Rollator und vorne haben wir die Inkontinenzmaterialien und fahren zu dem Menschen, der fünf Jahre älter ist und pflege ihn. Und das kann es nicht sein. Da muss was passieren. Wie engagieren Sie sich außerhalb Ihres Berufes für die Pflege? Ja, momentan ist es schwierig. Aber ja, ich habe auf jeden Fall vor, noch Musiktherapie, Therapeut zu lernen und will dann auch extern, auch außerhalb meines Berufs, vielleicht die Stunden runterschrauben und dann Musiktherapeut in Heimen, Krankenhäusern, Kindergärten. Das ist für mich, dass man halt mit Musik irgendwie auch die Leute ein bisschen aus ihrem Alltagstrott, der meist sehr langweilig ist, rausholt und mal ein bisschen Abwechslung schafft. Das habe ich noch vor, aber das ist halt noch eine finanzielle Sache. Man muss es ja selber bezahlen. Wird ja nicht subventioniert, muss man schauen. Aber das ist so mein Traum, den ich eigentlich habe, dass ich vielleicht später, wenn mein Körper sagt, ich möchte nicht mehr fliegen oder ich kann nicht mehr fliegen, dass ich dann mit einer Musiktherapie weiterhin in der Pflege tätig sein kann. Das ist so meine Idee. Das ist so meine Idee. Untertitelung des ZDF, 2020